Das war auch noch alles Pistolen. Ich glaube die Pistole ist besser als die hier. Schöchtern Fülle, Ups. Ne, aber die Weile schon. Ah, dann ist auch noch eine. Da gibt es Granaten drin. Die nutze ich gar nicht extra. Da gibt es noch eine. Da gibt es noch eine. Da gibt es noch eine. hm hier bei steam ne Anflug steht vielleicht geht ja bei pc oder auch nur wenn man bei steam verschwunden ist das weiß ich nicht also soll ich jetzt nochmal kurz zurück gehen oder wie dann gehen wir nochmal zurück probieren nochmal das portal ja geht nicht müssen noch fertig machen jetzt ja hm 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 he hm 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 Wahnsinn. Oh nein, du darfst mal liegen. Das ist das Vieh, das meine Keycard gefressen hat. Töten Sie es! Ja, Moment. Chill. Oh, da hat noch weniger Schaden. Oh, meine Keycard. Nehmen Sie sie bitte. Mere Blue. Was ist denn? Gut, und jetzt lassen Sie mich raus. Ich gehe in Jacks Büro, um die Verteidigung der Helios abzuschalten. Na, schönes. Wenn ich hole, ne? Schmeiß den Schuh. Du im Magazin, 200% plus 20%. Gibt es den Schaden, plus 25? Machen wir uns mal die Stats an. Marble Bien Danke für die Hilfe Ich enttane den Ausgang wir treffen uns beim jack hallo Nein, der ist weg. Oh, oh, oh. Cordia. Lutsch. Wo wer ist denn mit mir hin? Bin ich mal gespannt. Oh weh Allah. Was ist das ernst? Was ist das ernst? Ich bin nicht. Danke. Was ist das ernst? Was ist das ernst? Welches nehme ich? Was ist das ernst? 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 Scheiße, schlecht bin. Naja. Das Lobby ist voll. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist zu voll. Waaat? Vielen lieben Dank mein Lieber. Ich muss euch leider wieder rauswerfen. Weil ich mache jetzt schon Feierabend. Das ist zu voll. Wollt ihr euch? Wenn du das, wenn du das, dass du das, dass du es reinkrieust, dann würde ich mir einfach nicht nachvollziehen, Ich bin jetzt ein bisschen für dich. Es ist das, wenn ich jetzt noch zum Beispiel ... was du immer rauskam, ich bitte nicht aufholen. Vielen Dank.